Musik Würzburg Radio, mehr als nur ein Radio. Unternehmer machen Radio, Unternehmer machen TV. Was gab es in den letzten Tagen? Am Freitagabend live aus der Tech-Take Arena in Würzburg. Handball 2. Bundesliga im Derby. DJK Rimpa-Wölfe gegen HSC Coburg. Alle Spiele der 2. Handball-Bundesliga nur auf Sportdeutschland TV. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz Handball 2. Bundesliga nach dem Spiel. DJK Rimpa-Wölfe gegen HSC 2000 Coburg. Endstand 25 zu 23. Wir haben das Ganze live übertragen. Dann hatten wir einen Hotelier aus Freizürcher, der bereits den berühmten VfL Gummersbach zu Gast hatte. Das war im letzten Dezember der VfL Gummersbach, der bei euch übernachtet hat. Die waren bei uns und haben sich nach ihrer langen Reise entspannt. Und wollten auch spezielle Sportlernahrung haben, ohne Öl gekocht und auch solche Anforderungen. Aber das war zu bewältigen und die waren alle bestens versorgt bei uns. Und beim Abschied habe ich ihnen natürlich viel Erfolg gewünscht, allerdings nur bis zu einem Unentschieden, weil ich natürlich auch für die Rimpa-Wölfe bin. Ja, und das hat nicht ganz gelangt. Also die Wölfe haben überraschenderweise damals gegen Gummersbach gewonnen. Montagsmorgen ist der Tag der Friseusen. Und wir hatten eine Friseuse hier im Studio, die jede Menge Mut hatte. In meinem Fall würde ich hier so sagen, mutig. So ganz alleine war ich nicht. Das stimmt, in Deutschland sagt man das selbstständig und ständig. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich von Anfang an eine sehr gute Mitarbeiterin gehabt habe, die auch in VfL groß geworden ist und aus VfL kommt. Wir hatten eine Unternehmerin, die sehr großen Wert legt auf die Meinung ihrer Mitarbeiter. Für mich sind das eigentlich nicht nur Mitarbeiter, sondern das sind einfach Menschen, die mich begleiten. Und ich hoffe immer lang in meinem Leben. Und ich habe auch Mitarbeiter, die sind schon teilweise 20, 25, 30 Jahre dabei. Wir hatten ein Hörgeräteakustiker. Und was wir dort gehört haben, hat mich überrascht. So ist es heutzutage möglich, über ein Hörgerät mit einer App gleichzeitig auch zu telefonieren. Also rechtzeitig zum Hörgerät. Ich habe die Möglichkeit zum Beispiel auch, das jetzt mit meinem Smartphone zu verbinden. Einerseits kann ich dann das Hörgerät über diese App auch noch ein bisschen steuern. Es gibt auch die Möglichkeit sozusagen, dass ich ein sogenanntes Streaming habe. Das heißt, das Telefonat wird schon direkt in die Hörgeräte übertragen. Ich kann das, wenn ich das mit einer Watch sozusagen habe, könnte ich diese App dann auch über diese Watch laufen lassen. Also da gibt es heute, technisch ist das alles ohne Probleme möglich. Also das heißt, ich brauche mich mit dem Handy am Ohr rumrennen. Ich kann über mein Hörgerät telefonieren. Genau so ist es. Du hast Lust, bei uns dabei zu sein? Unternehmer machen Radio, Unternehmer machen TV. Ruf uns einfach an. 0931 454 606, die 3 und die 2. Wir freuen uns auf dich.